Was braucht der Mensch Kirche für Gott zu geliefert? Was braucht der Mensch Kirche für Gott zu geliefert? Was braucht der Mensch Kirche für Gott zu geliefert? An der Gemeinschaft hat das für eine Kirche. Es sind Frauen, es sind stolz, für eine Kirche zu sein. Nur können die so sagen, die Kirche hat in der Vergangenheit auch viel Böses gemacht. Das stimmt. Als eine Gemeinschaft von Menschen versteht, sie haben es nicht getan, was der Herr Gott wünscht. Sie haben es nicht engstirnig, sie haben es nicht grausam geschehen wie andere Menschen. Und als Kirchegeschichte weißt, dass wir an der Kirche so schön sind, weil das nicht mehr lebt. Es sind nicht nur die vier, es sind nur die Gäste. Weil die Kirche, die Weltkirche für Christus sind, die muss schon die Werte vom Evangelium liefern. Und da gehört eine Offenheit zu Gott dazu, aber eine Offenheit zum Mensch. Den Mensch, den den Herr Gott schon so gern hat, dass Christus sein Leben dafür geht. Den Mensch kann ich mir schon nicht verurteilen, aber den Mensch muss ich mir gerne unterstützen, helfen, ob allmenschlich erdeweist. Wie ist es der Platz, wo ich dem Herr Gott begegnen kann? Wo es ein Wort vorgelesen wird, im Evangelium, in der Bibel. Und das Wort ist immer mehr groß, als die Interpretation der Erste von euch. Und dafür brauchen wir die Kirche, für wirklich Streit und Wurde von Christus zu sein, für die Interpretation von den anderen Menschen, Wurde aufgelesen. Wir brauchen noch die Kirche, wenn es die Sakramente. Sakramente, die sozusagen an der Stadt haut, als Beispiel, und dann als ein Glaube oft wie ein Handy, der kein Strom mehr holt. Da muss man an der Stecker stecken, muss man an der Batterie ablöden. Aber irgendwann würde man die Batterie von diesem Glaube auch durch die Sakramente ab, wo man einen direkten Zugang zu Gott kriegt. Kirche, das war nicht notwendig, für Gott zu leben. Aber trotzdem leben wir andere Kirche, dass der Herr Gott die Kirche gewollt wird. Das ist eine Platz, das ist für diese Schmatte. Ich bin ja auch nach einer Platz. Weil, dass ich da ganz bewusst Mathe in Sänger kirche, und ich bin froh, für an der Kirche zu sein, und ich hoffe von ganzem Herz, dass diese Kirche sich auch kann bekehren, ob beim Herzigkeit, ob lebt vom Herr Gott hin, so wie also Popes Franziskus einstatt nur lebt. und ich bin froh, für an der Kirche zu sein.